Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, wir heißen Sie hier in der Mitte der Welt, in der Mitte Europas, in der Mitte Deutschlands, in der Mitte der Hauptstadt Bayerns, in den Stuttis der Bavaria zu einer neuen ProSieben-Produktion von BulliMath. Baldi, herzlich willkommen und wir begrüßen Sie jetzt allen in Ihrem, Euren Gastgeber mit einem Riesenapplaus! Ja, hallo, herzlich willkommen, meine sehr gut genannte Menschen. Das freut mich natürlich ganz besonders. Der eine oder andere ist noch so ein bisschen am Rätseln. Ich bin nicht Bulli-Herbig. Wer aus der Region kommt, der hat mich vielleicht schon mal gesehen. Mein Name ist Mike. Und ich werde vorhin mal rausgeschickt, um zu gucken, ob es euch gut geht und will euch natürlich auch ein bisschen was erklären, wie Fernsehen gemacht wird. Deswegen kurz die Frage, wer von euch war noch nie beim Fernsehen? Kurzhandzeichen. Ja, doch, einige. Ich überlege noch. Du hast es recht. Für wen ist es das erste Mal für eine Fernsehproduktion? Kurzhandzeichen. Das ist gar nicht die gleiche Frage, jetzt nennen sie sich andere heute. Also stellt euch mal vor, es wird heute richtig spannend. Oh, das war sehr gut. Das war sehr gut. Wie heißt du? Friedi? Idi. Mein Applaus für Idi, bitte schön. Offline-Zeichen, ein spontaner Lacher. Da war noch kein Zeichen, aber es ist gut. Was ist der Schiff? Seid ihr ein Paar? Also seid ihr eben? Er sagt, ja, sie überlegen. Wie lange schon? Jetzt überlegt ihr, was ist der Schiff? Ich finde auch, die sehen schön aus. Stimmt, die sehen besser aus als die letzte Woche. Ja, das stelle ich. Wir hatten, glaube ich, noch nie so ein schönes Publikum. Ja, genau, du sagst es. Oh, so ein tolles Publikum. Ihr seid aber auch richtig gut drauf. Ich stelle mir das gerade so vor. Freitagabend, schön durch München, durch die City. So, hey, sie sieht aber gut aus. Huuu. Das hier ist Buddys Wohnzimmer. Da könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Ah, mein Stadler, weißt du? Ja, würde man das in Berlin machen, da würden sie alle sagen, so, Ui, ich wünsche, da hat man ein Arme Wesen, kam mal super. Und hier nochmal ganz kurz auch ausgeleuchtet, das Promi-Restaurant Gossip, gefühlt von Luigi. Ui, genau, hier. Ja, das richtig ist, dass ihr wisst, dass es das Produktionsbüro ist. Und diese Crew hier ist eine echte Produktionscrew. Das ist die Produktionscrew, die euch auch ins Fernsehen bringt. Auch wenn ihr euch jetzt zum Beispiel gerade filmt, oder aber eben auch zum Beispiel akustisch aufteilt. Gebt doch mal bitte schön der Crew von Bullyman Buddy einen Riesenapplaus!